Das hier hinten ist mein Hund Nami und sie hat vor kurzem etwas Unglaubliches geleistet, Freunde. Und ich hoffe, es klappt jetzt auch das zweite Mal, wenn ich das vor der Kamera mache. Beim ersten Mal hat es halt so einfach geklappt. Also Nami, Rücken. Ja, ja, ganz so, auch mit dem Buffs. Ja, super, ne, ja, ja, okay, die ist ganz drauf. So, ich will nämlich einen Liegestütz mit ihr machen und dabei in die Hände klatschen. Und sie soll trotzdem auf meinem Rücken bleiben und das hat richtig gut letztes Mal funktioniert. Erstmal kleine Belohnung, bleib da unten. Super. Okay, Nami. Position ist gut. Ein Liegestütz mit Klatschen, vielleicht auch zwei. Mit 15 Kilo Zusatzgewicht, Freunde. Eins. Eins. Zwei. Zwei.